Musik Das ist eine wichtige Breitensportveranstaltung für die Stadt Leipzig und es freut mich jedes Mal, wenn so viele Zuschauer und Teilnehmer da sind und ich wünsche dir eine Veranstaltung, wo wir die nächsten Jahre viel Glück haben. Musik Musik Sehr gut, 60 Kilometer, anstrengend, 16 Prozent geschafft. Aber jetzt sind die Beine ganz schön weich. Gelächter Musik Das war's für heute Abend. Toll, viel Zeit hat man ja nicht, sich die schöne Landschaft anzugucken, aber ansonsten sehr gut organisiert, tolles Rennen, weiter zuhören. Das war's für heute. Die Herzen haben alle durchgehalten, wir sind super in Verband gefahren und sind auch alle heil angekommen. Wir sind echt happy, das ist so, ich glaube, super Wetter, super Strecke, super Rennen, super Organisation, alles klasse.